In diesem Video geht es um die besten Standventilatoren. Der Qualitätssieger in unserem Standventilator-Test geht an den Roventa Vue 5870. Mit bis zu 80 m³ pro Minute bei maximaler Geschwindigkeit liefert der Turbo Silence Extreme Plus die beste Ventilation, die je von Roventa entwickelt wurde und überzeugt mit intensiver Erfrischung. Genießen Sie die geräuscharme Abkühlung des leisesten Ventilators, der je von Roventa entwickelt wurde. Er arbeitet mit nur 35 Dezibel bei minimaler Geschwindigkeit und ist daher hervorragend für den Betrieb beim Schlafen, Fernsehen, Arbeiten oder Studieren geeignet. Fünf verschiedene Geschwindigkeitsstufen für bedarfsgerechte und individuelle Frische, vom leisen Nachtmodus bis zur extremen Leistung im Turbo Boost Modus. Automatische Oszillation 120 Grad Winkel und Ausrichtung für eine breite Luftverteilung im Raum. Genießen Sie das Gefühl einer natürlichen Brise, mit Variation der Luftgeschwindigkeit, die eine natürliche Luftströmung simuliert. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Brenzen GS Cool. Blasen Sie die Sommerhitze hinfort. Der 108 cm Tower Ventilator von Brenzen bringt Sie entspannt durch heiße Tage. Mit drei Gebläsestufen passen Sie den Luftstrom an die Raumgröße an und lassen mit der 65 Grad Oszillation den Luftstrom durch den Raum streichen. Vier Betriebsmodi bieten an die Situation angepasste Programme. Im Natural Modus wechselt beständig die Stärke des Luftstroms, Sie werden von auffrischenden Briesen umweht. Alle Funktionen steuern Sie über die mitgelieferte Fernbedienung bequem aus der Distanz. Nutzen Sie die drei Geschwindigkeitsstufen und passen Sie den Luftstrom der Raumgröße an. Mit Hilfe der 65 Grad Oszillation verteilen Sie den Luftstrom gleichmäßig im ganzen Raum. Mit Hilfe der vier unterschiedlichen Lüftungsmodi Normal, Schlaf, Natur und Kind können Sie den Ventilator nach Ihren Wünschen einstellen. Weiterhin verfügt der Turmventilator über eine Timmerfunktion. Steuern Sie alle wichtigen Bedienfunktionen bequem aus der Entfernung. Eine Aussparung im Ventilator nimmt die Fernbedienung passgenau auf. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Standventilator-Test ist der Roventa VU 5640. Sorgt für frischen Wind in jedem Raum und ist dabei super leise. Der Geräuschbegel ist sehr niedrig und das bei jeder Geschwindigkeit, vom Nachtmodus bis zum extrem leistungsstarken Turbo-Boost-Modus. Genießen Sie eine intensive Abkühlung ohne störende Geräusche. Hervorragende Luftverteilung im gesamten Raum. Durch die Ausrichtung des Luftstroms kann dieser auf eine bestimmte Höhe eingestellt werden. Durch automatische Oszillation wird es möglich, einen größeren Bereich mit dem Luftstrom abzudecken. Integrierter ergonomischer Griff für bequemen Transport und einfache Unterbringung. 5 Propeller für optimale Effizienz. Hervorragende Luftverteilung im gesamten Raum sorgt für frischen Wind, bis zu 120 Grad werden abgedeckt. Genießen Sie erholsame und angenehm kühle Nächte in warmen Jahreszeiten. Dank des Nachtmodus mit nur 45 Dezibel können Sie schlafen, ohne das Geräusch eines Ventilators zu hören. Leistung Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.